Du siehst, äh, aus wie ein, äh, das sieht aus wie ein Tagebuch, es ist beschädigt, doch, äh, benutzbar. Als du die staubtrocknen Seiten durchblätterst, erregt der Text deine Aufmerksamkeit. Wir haben heute Beweise gefunden, dass der Amboss der Lehre nicht im Urtenteig hergestellt wurde. Wir gehen nach Süden, zu den Todesgräben. Der Amboss muss sich irgendwo jenseits davon befinden. Meine Soldaten erklären mich für verrückt, weil die Todesgräben voller dunkler Brut sind und wir bestimmt sterben, bevor wir den Amboss finden, falls wir ihn finden. Ich lasse das hier für den Fall, dass ihr Recht behalten. Wenn ich in den Gräben sterbe, kann jedoch, kann dennoch jemand an meiner Leiche vorbeimorpschieren und den Amboss zurückholen. Denn wenn er verloren bleibt, sind wir es auch. Wenn ich nicht zurückgekehrt bin und Ogren noch lebt, sagt ihm, nein, was ich ihm zu sagen habe, ist nur für seine Ohren bestimmt. Das ist mein Abschiedsgruß. Branka hat an mich gedacht. Ich wusste, dass ich ihr noch etwas bedeute. Sie ist einfach zu weich. Dann sind wohl die Todesgräben unser nächstes Ziel. Es heißt, ganze Herden der dunklen Brut hätten dort ihre Nester. Aber wenn Branka dorthin gegangen ist, dann gehe auch ich dorthin. Hört auf, Zeit zu verschwinden, Wächter. Ich bin nicht hier, um zu plaudern. Ja, ja, ja. Wer ist das schon? Müssen wir mal gucken, wo es hier weitergeht. Hier hinten geht es weiter. Das ist der Fluss. Alles entdeckt. Mein Gott. Das war der richtige Weg. Ich war richtig. Ja, hier geht es weiter. Zu den Todesgräben. Na, viel Spaß. Oh, das ist ein Stück. Was ich jetzt laufen kann. Gibt es nicht mal einen Überfall. Ist auch sehr interessant. Sind sie? Ja, das ist ein Stück. Ja, das ist ein Stück. Ja, das ist ein Stück. Marschieren sie los. Wahnsinn. Das ist ein Stück. Oh, die halten, was er ist. Alles Legionäre, die hier mit dabei sind. Gesundheit sieht gut aus. Wir rüber abgehackt. Das hast du gut gemacht. Ha, 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 ha. Warte, nicht vorrennen. Die machen es genau richtig. Ein Kampf. Okay, position halten, position halten. Ja, es kommt hier, pfeifen. Hm. Und Kampf. Hm. Und Kampf. das sieht gut aus position hier halten zurück mit euch die fallen so schnell um ich weiß gar nicht wo ich hinklicken soll ich komm nicht ran ich komm nicht ran an den typ dann greift doch die püppenschützen an obenheilung heilung 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 zurückziehen zu den anderen wie ihr meint und dennoch klingt ja nicht überrascht in der legion der toten geben wir unser leben auf um frei von furcht und hoffnungsfroher blindheit zu sein wir wissen von der kommenden verderbnis überraschend ist nicht dass ihr gekommen seid sondern eure geringe anzahl was wollt ihr jetzt hier wächter ich muss paragon pranka finden wer hat euch denn den fluh ins ohr gesetzt wir haben wirklich andere sorgen in osamara jetzt verstehe ich die lords der versammlung können sich nicht entscheiden und die kandidaten brauchen bessere argumente ist das soweit richtig ungefähr so habt ihr dem etwas sinnvolles hinzuzufügen wächter da habt ihr ja einiges vor paragon pranka ist tot das weiß jeder vernünftige zwerg denn jenseits unserer linien tötet die dunkle brut alles was sich bewegt dann verlegt doch eure linien ich führe liebend gern einen stoßtrupp durch die todesgräben aber ohne jemanden auf dem thron haben wir keine befehle und von einem kandidaten nehme ich keine an wenn ihr einfach blind drauf losbuddeln wollt nur zu habt ihr je vom ambass der lehre gehört wissen staubfresser was respekt ist nie gesehen und wenn es ihn gibt geht er mich nichts an aber wer nach paragons sucht kann auch nach dem ambass suchen oder nach unerschöpflichen lyrium adern erzählt mir mehr über die legion der toten wir sterben unter den augen unserer brüder und können ohne furcht kämpfen unser letztes opfer bringt auch die erlösung mehr müsst ihr nicht wissen sonst fällt ihr noch ein urteil oder schlimmer ihr eifert uns nach jetzt haltet euch mehr um die nahe verderbnis zogen warum die anderen königreiche kümmern sich nur um die dunkle brut wenn sie im licht auftaucht aber wir hier bekämpfen sie ständig unaufhörlich euer albtraum ist mein alltag unser kampf schenkt euch ruhe zwischen den verderbnissen bei einem angriff auf der oberfläche hätten wir mal ein wenig pause wenn die zeit kommt soll mir einer einen guten zwergengrund nennen der rest ist mir egal lebt wohl viel glück grauer wächter die typen an der seite wären natürlich toll gewesen die schichte von ursamer kapitel 2 um die nächste welle die drei leute fertig zu machen da brauchst du ja noch keine spezielle ausbildung wo fliegt da denn überall hin ich komm gar nicht hin das ist ganz schön in blut ok wir müssen aber weiter vorrücken ein kampf ich bin bereit lass ich bugenschützen So ein Kreischer. Die Heilung von Okran. Gut. Ich hatte fast einen Sovereign einstecken. Was steht denn hier? Schießungskommel. Oh, ein Troll. Geht zurück. Okay, Kampf. Meine Kräfte sind euer. Das hat nicht geklappt. Lähmung versuchen. Klasse. Wie sieht es denn aus? Gruppenheilung. Weiter vorrücken gegen die Schützeneinheiten. Los. Heilung Chamisa. Oh. 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 Wird erledigt. Ein riesen Tor. Was war das? Stalata negat. Zeitalter der Drachen. Hier ist er vorgerückt. Wird erledigt. Der ist ja tapfer. Nun, grauer Wächter, ich muss euch Respekt zollen. Ihr habt eine Schneise in die Brut geschlagen. Vernunft habt ihr noch nicht angenommen, aber kämpfen könnt ihr. Naja, gut. Das restliche haben wir ja schon geklärt. Viel Glück, grauer Wächter. Ja, die hat ja auch. Ja, gut. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Position halten Und Kampf Tausch hin Ja, so ist es richtig. Ich hab dich gewarnt Okay, okay, okay. Zurück Ich bin dran Die holen wir schon dran. Hier hin aufstellen Ich bin bereit Ach, der ist schon da Natürlich Die lassen sich nicht anlocken Jetzt schon Na, löst Kampf Wo soll ich zuschlagen? Warte mal Sammeln Sammeln, sammeln, sammeln Schnell hin Wollst denn du hin? Bist du irrsinnig? Zurück, zurück, zurück Heilung auf Elisdair Heilung Gehst zurück Los, 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 zurück Geh um die Ecke Los Guck mal, was hier alles kommt Kampf Versuch mal, das scheiß Vieh zu versteinern Sonst hat es schon mal geklappt Wo soll ich zuschlagen? Ja, gut Mit dem Geistschlag Gruppenheilung Lähmung Lähmung Gut, sehr Hey, wo willst du denn du bloß hin? Position halten Ein weiterer Punkt für mich Und rennt vor wie ein Geisteskranker Habt ihr stehen Hallo, Salien Das müssen wir nicht zweimal sein Komm schon, du Mistfahrer Sau Gruppenheilung Super Super Ja, wo ist denn in? Achtung, das ist ein Gegner Also hierhin Ein Kreischer Natürlich, okay Mehrere Kreischer Auch gut Heilung auf dich Wo soll ich zuschlagen? Natürlich Ich bin Unangenehme, was war das? Das ist das hier Bräuche der Zwerge Stiefel der Legionen Kaste der Toten Wietz und Gesundheitsruhne Haben sie das Ding Einfach umgraben Okay Gut gemacht Und Kampf Komm schon, Winn Wir da sind, sammeln Hier an die Ecke Weiter an die Ecke Gesundheit Bewegt sich da nicht weg, da Clan Heilung auf der Müsse Gut, da haben wir keine Wahl Angriff Wo soll ich zuschlagen? Wenn es geht Versteinern Ey, das ist Wann ging das schnell? Nächstes Mal muss ich vorsichtiger sein Nein, ich Okren Stärke Konstitution Ich brauche dich als Templer Weil du das brauchst Gebiet säubern Da brauchst du gar nicht gucken Du musst das machen Egal was es gibt Gebiet von Zaubern säubern Wenn du das kannst Da kannst du wirklich viel ins Leben retten Position halten Wie ihr meint Kodex über Bewahrung Sehr schön Schicke Vase Wo ist es wird? Bleibt ruhig da stehen Hier sind noch mehr Gegner Ja, ja, die kommen Bin dahin Wo soll ich zuschlagen? Ein Kampf Ich bin der Sehr schön Okay Die bewegen sich wieder nicht Diese feigen Schweine Dein Angriff Aha Die Falle entschärfen Wie ihr meint Wie ihr meint Wie ihr meint Wie ist der Leben? Natürlich Los, hau sein Leben aus Jetzt gehen wir zu einer Ende Kommt ab Gut Natürlich Natürlich Betreuung eines Stabfässers Schön wertvolles Zeug. Handschuhe der Legion. Das hier. Stiefel der Legion. Naja. Doch, das ist mehr. Die sind stärker. Unglaublich. Massive Handschuhe. In Kombination mit der Rüstung und den Stiefeln. Also bloß drei Sachen. Ein Bonus auf Schaden und Konstitution. Gibt es aber keinen Helm dazu. Sonst wäre es in der Tat ein sehr starkes Set. Nein. Jetzt habe ich es gemacht. Ein Glück habe ich gespeichert. Schnell da hin. Das wird sie nicht schaffen. Das konnte sie nicht schaffen. Wiederbelebung. Ich bin nicht brauche dich hier drüben. Wir müssen ran. Gut erkannt. Versteinern. Du nimmst einen Wundumschlag. Gut, das hat sie gemacht. Du machst einen Geistensschlag. Geistensschlag. Das ist eine Scheisspinne. Mist, verdammt. Ich muss winnen. Ich kann es nicht erkennen. Gruppenheilung. Okay. 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 Habe ich gar nicht gesehen. Walkerin lacht da innen drunter. Puh. Ja, das kann auch mal schief gehen. Haben es aber gut gemacht. Was haben wir, das ist noch ein Markier, oder? Uh, das ist übel. Rück vor. Ne, das geht ein Markier, das ist wirklich so ein Spast. Das hat doch nicht geklappt. Äh, Leben. Leben hat auch nicht geklappt. Dann, äh, Steinfaust. Schmeiß ihn um. Okay. Heilung auf Tamisa. Wo soll ich? Wo soll ich? Ich werde nicht wachsen. Hier. Du machst das? Du musst unbedingt einen Wundumschlag nehmen. Schildverteidigung. Schildhammer ist gut. Die Spinnen sind innen, oder? Ja, die stoppt gerade. War zu spät. Weg gemacht. Tut mir leid, Wind. Wie sieht's denn aus mit, ähm... 24 hab ich noch davon. Das reicht zu. Oberflächler Klinge. Starker Wundumschlag. Du hast alle Bruchstücke des Schwerts des Oberflächlers gefunden. Vielleicht findet er Frieden, wenn du sie zu seinem Leichnam zurückbringst. Seine letzte Ruhestätte befindet sich in der Höhle, in den Höhlen östlich des Orten-Teigs. Das ist eine Art Falle. Ich will natürlich stehen. Hey, der Kreischer kommt. Angriff. Hier sollst du zuschlagen. Hey, wo willst du denn du hin? Hey, weinen. Nicht durchdrehen, bitte. nehme das vieh und das gut hallo sein griff ja keine ahnung was das war ja 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 ok position halten kämpfen tun sie gut was ist das ach das ist der stolperdraht ich weiß gar nicht was das macht irgendein geräusch aber entsteht jetzt wieder gespannt entsteht kein schaden irgendwo das sieht gut aus ja sehr schön kämpfen wir hier in der ecke schön aus denn das feld jetzt kommen einige den kampf wird mal hier rein verlegen hab schon los geht's wie lauten eure befehle und kampf meine kreis sind eurer ja 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 gut vier gegner weniger zu befehl stehen noch mehr hat getroffen der typ ganz aus dem handgelenk geschossen unglaublich ok kampf wir sind das immer weg zurück 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 sehen ich vielleicht kann ich dort hinschleichen dies war der kampfmodus wieder rausgehen okay bleibt bloß angriff bewegt sich jemand irgendjemand bewegt sich das ist nicht gut sammeln in jahren ich werde es tun alles wenigstens den einen drecksack und das ist schmiedemeister oder irgendwas da ist alle auf dem drecksack gut gemacht wo ist ein wind ja heilung auf termisa yes Gruppenheilung Lähmung auf den Typ. Komm, win, 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 rum. Nell. Oder Versteinerung. Klasse. Klasse, klasse, klasse. Klasse. Stehen bleiben. Erstaunlich, das sieht so einfach aus. Wenn man hier einen Fehler macht, ist man hin. Wird erledigt. Pfeil des Drecks. Das ist schön, dass der Trottel hier vorgekommen ist. Rächtiger Wundumschlag. Starker Hammer des Schmiedemeisters. Nicht schlecht. Das war die Kamera. Jetzt geht es hier geradeaus weiter. Na ne, hier geht es weiter. Das war die Kamera. Das war die Kamera. Das war die Kamera. Die Kamera. Das war die Kamera.